Ja, das Spiel möchte ich laden. Das bringt doch alles nix. Ähm. Vielleicht kann ich mit dem Granatgewehr ja was reißen. Nein! Nicht wirklich. Ich bin einfach zu doof. Ja, diese Option werde ich mit Sicherheit nicht in Erwägung ziehen. Dann habe ich auch nur noch 17 Schuss. Den nehme ich. Diese Information. Ja. 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 Robby mal den Schädel polieren der kann aber ordentlich einstecken muss ich sagen shit Waffe leer und ich bin schon wieder verkrüppelt oh nein Oh nein, oh nein, oh nein Waffe leer Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Mir geht's gar nicht gut Und irgendwie bin ich auch glaube ich gar nicht richtig ausgerüstet dafür Ich bräuchte Strahlenwaffen Ja, es tut mir fürchterlich leid, aber ich komme hier so einfach nicht weiter Mit der Bewaffnung, die ich hier jetzt gerade habe, ist da einfach kein Land in Sicht Da müsste ich jetzt erstmal nach Hause, nach Nowak Um dann wieder anschließend hierhin zurückzukehren Und dann sollte ich mir auch mal was an Strahlenwaffen mitnehmen Und vielleicht klappt's ja dann Das Bier hat nachgelassen Ja, ich kann ja mal den ganzen Whisky vertickern hier Und auch sonst hatte ich ja noch Schachtelkippen und diversen anderen Mist einstecken Den ich nochmal eben so loswerden kann Muss auch, muss Oh, 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 wir quälen uns die Treppe hoch Da ist er, komm hier Vielleicht wissen Sie es ja schon, aber seit Jeannie Mae von uns gegangen ist, habe ich ein Auge auf Ihr Haus Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mal bei Ihnen bedanken Hier, nehmen Sie den Schlüssel und machen Sie es sich in unserem Motel gemütlich Mit dem Schlüssel kommen Sie in das Zimmer im ersten Stock, das der Lobby am nächsten ist Hoffe, es wird Ihnen gefallen Danke Ich habe Jeannie Mae umgebracht, kriege ich jetzt immer noch Rabatt Wollen Sie eine Runde Karawane spielen? Auf Wiedersehen Ich würde gerne mal anschauen, was Sie zu verkaufen haben Ja, viel Geld hast Sie ja nicht, aber Immerhin kann ich hier mal ein bisschen was loswerden Sherry Bombs, ja, wiegen aber auch nix Krom Ameisenei, aha, Feuerameisenfleisch Das Klemmbrett, endlich weg damit Dem Brennstoff sollte ich machen, das sind 6 Pfund Äh, Granatgewehr, H-Klammer, Hydra, Lülülülülü Jagdgewehr 172 Schuss Äh, Kautabak, was ist das? Ach so So, äh, Leer und Leer, 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 Leguan am Stiel, die sollte ich eigentlich mal behalten, Mehl, weg damit, Nudeln brauche ich auch nicht, Pinienkerne, Prügeln aktuell, Redaway, Rakete, die sollte ich mal ablegen, Reparatursatz, ruhige Hand, äh, Schachtel Zigaretten, da kriegst du alle, mein Junge, alle, äh, bitte, Granaten, Stange, Zigaretten, Studentenfutter, ne, das behalte ich mal, vor Kriegsgeld, Whisky, alle, Wodka, ja, akzeptieren, und auf Wiedersehen. So, jetzt kann ich nämlich auch mal ein bisschen flotter laufen hier, jetzt hat er mir nochmal den Schlüssel gegeben, wo auch immer ich den dann für brauchen soll, keine Ahnung, sehen wir dann ja, aber. Mh, Waffen, erstmal Klamotten ablegen. Das mit dem Negligé, das, äh, gucken wir uns dann ein andern mal an. Ranger Hut und Strahlenschutzanzug werde ich wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht brauchen. Dann muss ich mal bei den Waffen gucken, Munition, sonstige, Hilfsmittel, Kleidung, Waffen, so, da hab ich keine Munnen mehr für, also weg damit, die behalte ich nochmal, abgesägte Schrotflinte. Mh, brauch ich auch nicht, Granatgewehr, hab ich noch vier Schuss, Jagdgewehr, sollte ich mal behalten, Karabanschlot, Schlotflinte. Schrotflinte, auch Service Rifle Splittergranaten, packen wir fünf Stück mal weg, und dafür nehmen wir mit, Lasergewehr, Lasergewehr, oder ein Plasmagewehr, ist auch nicht schlecht, aus dem Lasergewehr, da machen wir uns eins, so, da waren die Waffen drin, da müssen wir uns auch irgendwie nochmal einen für Patronen machen, für Munition, 25mm Granaten, da hab ich ja noch keine Waffe für. Holspitzpanzer brechend, 5mm, brauche ich im Moment auch nicht, äh, Flammenbrennstoff, brauche ich auch nicht, die brauche ich nicht, Raketenwerfer habe ich nicht, ansonsten könnte ich das echt mal alles mitnehmen hier, so, dann essen, öffnen, Kühlschrank, Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser, nehmen wir mal nur drei mit, Kram lassen wir hier, Eichhörnchen, Eichhörnchen, Eintopf, Fancy Lettskuchen, frische Kartoffeln, Kaktusfruch, frischer Mais, da machen wir uns nachher Flammenbrennstoff raus, gegrillte Schrecke, Gummibonbons, äh, die nehmen wir mal mit, Hydra, Informatik Intim, Jet, lassen wir mal sieben Stück da, ähm, das wiegt ja fast nix, Lego in einem Stiel nehmen wir auch nochmal ein mit, Mentes, Nuka Cola, lassen wir alle mal hier, Red Away wiegt nix, Rebound, Reparatursatz, da brauche ich eigentlich auch nicht so viele, schmutziges Wasser, lasse ich auch mal hier, Stimpex, 49 Stück, stramme Strahler, Studentenfutter, Sunset Suspirelia, lasse ich auch mal alle hier, jetzt mal gucken, weil hier so drin ist, also, äh, 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 da kann ich nämlich jetzt mal die, äh, so, ja, den Mist, Eieruhr, leere Jet Inhalatoren, leerer Elektronenakku, leerer Brennstofftank, leeren Mikrofusionszellen, kleine Zündhütchen, tralala, ganzen Hülsen, dann ist das nämlich alles schon wieder etwas übersichtlicher im Inventar, Klamotten hatte ich abgelegt, Waffen, gucken wir mal, was wir da jetzt haben, müde bin ich ein bisschen, was trinken könnte ich, allgemein, Goodsprings, vergöttert, Großkarne, verrufen, Novak, vergöttert, Pulverbanditen, verrufen, RNK, akzeptiert, allgemein, Neutral, Stadtrat von Vegas, aufbereitetes Wasser, und diese, äh, Hunger minus 8, legen wir uns einfach mal zwei Stündchen hin oder so, oder einfach bis zum nächsten Morgen, acht Stunden, gute Nacht, und dann gucken wir noch mal, dass wir irgendwie die Waffen hier kombiniert kriegen, Lasergewehr, 24, Plasmagewehr, ja, da haben wir noch 17 Schuss, und das ist leider nicht das meiste, ich weiß aber auch nicht, warum man da die Munition nicht verwenden kann, die ich da noch hab, versteh ich nicht, achso, ist ja morgens, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, die Kühle der Nacht liegt noch in der Luft, und jetzt können wir uns eigentlich ja mal eben, verkrüppelt bin ich noch nicht, aber jetzt können wir uns mal, zur Helios One Porten, Nee, ganz ruhig, hey, ja, hallo, wie war das gleich, hier rum, ne, und dann da hinten durch, ja, hallo, hm, 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 da, glaube ich, ist der Eingang, oder auch nicht, bin ich denn jetzt so im falschen Film, oder war das noch weiter rum hier, war, glaube ich, ein A, hier ist es, so, weil wir ja schon mehrfach aufs Gesicht bekommen haben, wird hier jetzt nochmal eben zwischengespeichert, dann steige ich mal um auf Energiewaffen, und hoffe, dass ich damit einen etwas größeren Erfolg jetzt habe, die sollten ja eigentlich nicht hier rüber kommen, na, Mist, jetzt aber, immer noch keine Chance, hast du das Vieh abzuschießen, dr Texas. Mit dem auf dem attackgewert draußen. him , es ist . k was ist es k hä listen soviel zu fallout für heute und ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß wie ich auf der linken seite oben findet ihr die komplette playlist mit allen videos links unten gelangt ihr zu den videos von meinem minecraft server klickt auf den gasmaskenmann um mein kanal zu abonnieren und nutzt die tools unter dem video um es zu teilen kommentieren oder favorisieren mach's gut